Wie komme ich denn generell in mein Inventar rein? Mit I? Wahrscheinlich, ja. Okay, haben wir ja auch noch gar nicht gesehen hier. Okay, also die Panzerung tut sich jetzt nicht wirklich viel. Okay. Fällt mir die am besten. Okay. Okay. Da haben wir nichts. Einfach mal ein bisschen durchgucken. Nichts gegen Chucks, aber... Die hat... Die... 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 Die Shorts hat mehr Panzerung? Was? Das kann man das nicht... Ja, nee, ist klar. Trotzdem nehme ich die. Okay, also hier können wir dann auch wirklich nichts... Obwohl doch, wir haben ja Hüte. Okay, nein. Hätte schon Steel, aber ganz ehrlich... Wie kann ich denn... Wie kann ich ihm denn sagen, dass er gar keinen Hut tragen soll? Ähm... Wie kann ich ihm denn jetzt sagen, dass er gar keinen Hut tragen soll? Sagt der, der gerade eine Mütze trägt übrigens. Also, Mütze meine ich natürlich. Ähm... X ist fallen lassen. Ich drücke X, aber es passiert nichts. Kann ich die hier wieder... Nein. Hm. Okay. Jetzt tragen wir diese Basecap. Ich will diese Basecap gar nicht tragen. Cyberdeck. Ach, guck mal hier. Mods. Sehr gut. Paraline. Erlaub dir beim Scannen QuickHacks gegen Ziele und Geräte auszuführen. Nicht tödlich. Versuch beim Ziel mittleren Schaden. Kurzschluss. Ach, das ist... Ist das da dann drauf? Oder wie läuft das? Schaltet die optische Cyberware eines Gegners neu und macht ihn vorübergehend blind. Ja, nice. Mhm. Okay, also die, die wir ausgerüstet haben, ist die beste momentan, die wir haben. Seltene Komponenten Upgrades. Upgrade Komponenten, achso. Ah, ha, 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 ha. Kleidung, Granaten, Verbrauchsgüter, Junk. Junk ist auch schön. Kann man denn da alles... Vielleicht in Zustand Hydration, der deine maximale Ausdauer um 10% und deine 50% ist... Ah, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die jetzt häufig verwenden werden, ehrlich gesagt, aber... Kann ich die irgendwie... Hm. Moment, was ist das jetzt hier genau? Das ist... Für die habe ich unendlich Schuss anscheinend. Ist das richtig sehr? Ähm... Oder? Ne, ne, achso. Ich dachte links oben, das wäre ein Unendlichkeitszeichen gewesen. Das wäre es natürlich gewesen, aber... Äh... Waffen, ja. Kann ich jetzt hier die zweite auswählen, oder? Okay. Ich meine, werden wir jetzt noch keine andere haben? Oder ist das immer dieselbe? Ne. Ne, ne. Hm. Okay. Karte. Wow. Ach du Scheiße. Okay, das sind die einzelnen Distrikte. Pacifica. Santo Domingo. Haywood. Westbrook. Wir sind in Watson, da wohnen wir, genau. Okay. Triff dich mit Jackie. Triff dich mit Jackie. Der Ripper-Doc ist quasi unser Ziel. Alter. Boah, ist das geil. Gefahrmittel. Triff dich mit Jackie. Gefahr. Mittel. Cool. Ja, wie ihr gerade merkt, gutes Beispiel dafür, sich einfach mal Zeit zu nehmen. Und einfach mal so Sachen... Lipp zwei. Ein verfügbaren Attributpunkt. Okay. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich würde hier erstmal auf Reflexe gehen, oder? Ach du Scheiße. ... Genau. Das Geile ist auch, wir können halt hier natürlich... Es gibt wie gesagt so eine Art Level-System, und im Laufe des Spiels wird man halt auch immer besser im Verwenden von Waffen zum Beispiel. Man kann die halt skillen in unterschiedliche Arten und Weisen. Handfeuer, Waffen. Einhund. Okay. Ach so, ich habe nicht genügend. Okay. Ich weiß nicht, ob wir wirklich häufig Klingen ausrüsten. Vorteilspunkte und... Wir haben noch einen verfügbaren Attributspunkt. Wie kann ich den denn vergeben? Ach, den muss ich dann hier wahrscheinlich einfach, wenn ich sage... Alles klar. Jetzt sind wir auch hier auf 5. Genau, Level 2 sind wir. Item Herstellung. Ach, krass. Mit so einem Schrotflinten... Scharfschützengewehr ist schon eher meins. Also nichts gegen Schrotflinten natürlich, aber... Okay. Warum sind die jetzt grün und die anderen so grau hinterlegt? Aber wir können sie ja alle nicht herstellen. Das hier könnten wir, glaube ich, herstellen. Ja. Das machen wir auch mal. Und hier ist tatsächlich sehr viel, was man machen kann. Sachen, mit denen man interagieren kann, durchgedrückt halten. Auch sehr interessant. So. Okay. Ach so, äh, ja. Das hat so richtig John Wick-Style, ne? Ach ja. Boah, ist das cool. Was ich übrigens auch nochmal sagen muss. Auch da könnt ihr mich gerne auf dem Laufenden halten, falls ihr euch da besser auskennt als ich. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, im Zweifel. Ähm, ich kenne mich im Cyberpunk-Universum so gut wie gar nicht aus. Das ist alles relativ neu für mich. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anspielungen, von irgendwelchen Anspielungen wisst, oder wenn ihr irgendwelche Andeutungen seht, oder irgendwelche Tipps für irgendwas habt, gerne schreiben. Entweder einen Kommentar auf YouTube hinterher, wenn ihr das schaut. Oder halt natürlich auch gerne live auf Chat. Auf Chat? Auf Twitch im Chat. Twitch.tv slash DaveDurtonTV Ah, das ist klar. So. Eigentlich eine schnuckelige Bude. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Drinks, Drugs, Heavy, Hardcore, Mutes, Girls, Boys. Okay. Was haben wir jetzt? Night City Vending Machines. Okay, ja. Ist das on a roll? Night City Journal. What the fuck? Oh, ist das schön. Oh, Mann! Ist das schön. Kann man das auch öffnen? Kann ich hier... Achso. Moment. Äh... Aktion gesperrt. Darf ich hier? So? Okay. Boah, ist das geil. Ich meine, theoretisch gesehen wahrscheinlich auch einiges an Smog oder so, aber... Wow. By the way, kein unendlicher Inventarplatz, sondern nur eine gewisse Gewichtsanzahl, die du tragen kannst, habe ich im Inventar vorhin erspähen können. Da habe ich... Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber alles andere hätte mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil... Okay. Gucken wir mal, drei neue Nachrichten. Achso. Okay. Handgelbetrug? Ach nee, Nanogel. Handgel. Alles klar, Dave. Ja. Ist gut. Ach ja. Ich finde das so geil, dass sie hier halt auch was Spam und sowas noch mit reingepackt haben. So richtig realistisch halt einfach. Und dann auch sowas hier. Ne? Diese Herzchen und dann auch so diese Emoticons und sowas. Voll geil. Und auch gut zu wissen, dass man sowas auch 2077 immer noch benutzt. In der Form. Ach ja. Ja, cool. Ups. Ja, eigentlich können wir hier nochmal kurz gucken. Oh, man kann sich hier hinlümmeln. Oh, geil. Aufstehen oder auf Fernsehen. Ach, ist ja geil. Feel the chemistry. Das ist halt relativ leise. The Starkiller. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ach, Leute. Ach, wie geil ist das denn? Sowas auch alles zu produzieren, weißt du? Das ist so... Ach, Liebe zum Detail. Wow. Wow. Okay. Wow. Das werden wir wahrscheinlich auch noch. Ach, das ist wahrscheinlich die neue amerikanische Flagge für die New United States of America oder wie sie auch hießen. Second Amendment Carnage. Genau, eine Waffe im Spiel. Ich glaube, eine Shotgun ist das, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich mich an Night City Wire zurück erinnere, Carnage ist auf jeden Fall ein Waffentyp hier. So, wir haben Peripherals. Da sind sie wieder. Das ist cool. Oh nein, was tue ich nun? Ohne Scheiß, man kann ja einfach hier so sitzen und dann... Einfach mal chillen, so. Oder auch nicht. Kinder, das war genug Fernsehen für heute. Dann, ja, dead now. Tschüss. Ja. Wow. Nur hier, um dir viel Spaß zu wünschen, habe mein Update endlich fertig, war seit 11 Uhr dran. Also ich bin da jetzt mal in Richtung Bett. In Richtung ist die Konsole und Fernseher ausgerichtet. Alles klar. Ja, danke auf jeden Fall, dass du sowieso eingeschaltet hast. Freue ich mich immer sehr. Freue ich mich immer sehr über jeden Zuschauer. Ja, ich muss eventuell, wie gesagt, es ist ein sehr grafikforderndes Spiel durchaus. Ich habe jetzt zwar eine neue Grafikkarte, aber trotzdem. Ich muss vielleicht nochmal ein bisschen was grafikmäßig anpassen für die Zukunft, wenn wir uns in der Stadt bewegen. Es hat ein bisschen eben geruckelt, auch bei dieser Verfolgungsjagd habe ich wohl gesehen, ja. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich trotzdem. Und ja, generell hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Denn das soll es für heute erstmal gewesen sein, glaube ich, mit Cyberpunk für diese Aufnahme. Ich werde jetzt gleich nämlich nochmal ein paar Videos rendern, damit die möglichst schnell auch auf YouTube da sind. Und damit das nicht zu lange dauert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie hat euch das Spiel bis jetzt gefallen? Würde mich echt mal interessieren. Ich habe es ja hier im Stream live auch schon gelesen. Auch so ein paar Tipps und so. Vielen lieben Dank dafür. An den Tobi vor allem auch. Und natürlich an alle anderen. Bist du ein Mann oder Frau oder Mischling? Achso, warte mal. Wir können mal eben noch in den Spiegel gucken. Das sind wir. So ein bisschen angelehnt an Adam Jensen von Deus Ex Human Revolution und so. Mürisch gucken. Okay. Alles klar, wie. Macht mich total, actually, voll sad. Ach, schade, schon vorbei. Ich habe das perfekte Timing erwischt. Wollte gerade beim Gucken in den Spiegel anfangen. Mit dem Spiel anfangen. Achso. Hast du es jetzt endlich auch mal runtergeladen nach 16 Stunden? Mit weniger als 1 Mbit pro Sekunde. Ach ja. Deutsche Internetanbieter in der Nutsch. Wie geil ist das denn? Ja. Ach ja. Auch schade, schon vorbei. Macht mich actually voll sad. Ich bin wahrscheinlich morgen wieder am Streamen. Für die Leute hier auf Twitch. Also morgen am Freitag. Elfter, Zwölfter. Äh, hat sich das doch langsam alles gefangen. Äh, wie gesagt, ich muss ja auch ein bisschen die Videos erstmal noch rendern, damit ich da ab morgen die Sachen raushauen kann. Ich denke mal jeden Tag ein Part. Mal gucken. Ähm, ja. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich kann's kaum erwarten, morgen wieder zu zocken. Das wird, glaub ich, sehr cool. Und, äh, wie gesagt, wegen den Grafikeinstellungen müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen feintunen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wie gesagt, es ist halt, äh, ein Neuspiel. Und es ist halt immer so eine Sache, dass man, bis man das richtig abgestimmt hat aufeinander mit der Hardware, die man hat und mit der, mit den Spieleinstellungen und sowas. Dazu gehört auch die Steuerung. Auch da muss ich ja noch einige Sachen einstellen jetzt im Laufe der ersten zwei Stunden oder wie lange ich jetzt gespielt hab. Zweieinhalb? Keine Ahnung. Ähm, aber erstes Fazit. Bisher macht einfach nur Bock. Es ist einfach ein freaking geiles Spiel. Bis jetzt. Ah, und diese Welt. Man kann sich so in dieser Welt verlieren. Und ich freu mich schon auf unseren ersten Spaziergang durch Night City. Weil ich vor allem, ich möchte eine Sache vor allem erstmal sehen. Äh, Kameo-Auftritt hab ich am Anfang schon erwähnt. Und, äh, ja, generell die Welt so ein bisschen in uns aufnehmen. So, da freu ich mich einfach schon drauf. Und generell natürlich auf die ganzen Missionen und was wir machen können und so. Wie sich das alles entwickelt. Jackie ist ein richtig geiler Sidekick, ein richtig cooler Dude. Ohne Scheiß. Richtig geiler Kumpel hier im Spiel. Mag ich schon total. Ach, Mann. Schön. CD Projekt Red ohne Scheiß. Falls jemand von euch das hier sehen sollte, im unwahrscheinlichen Fall, ähm, auf YouTube oder wie auch immer, äh, Daumen hoch. Ohne Scheiß. Voll cool. Macht echt Bock. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.